Im Angriff von rechts mit Fritzi, FC Zurich, Kuh, FC Zurich, Dürr, Post und Alemann. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Aufzeichnung und ich weiß, ich glaube bei Ihnen, dass es Kütz, Uwe Zähler und fertig raus. Werner, Küppers, Uwe Zähler. Und, jawohl, sechs Meter. Und heiß. Ja, da will Ihnen ja keiner was, Herr Roman. Ja, Zähler. Sehr schön, ja. Und. Und dafür belohnt wurde, dass er einem fast aussichtslosen Ball nachsetzt. Uwe Zähler gegen Brotmann. Er war von Anfang an vorgesehen, als sonderbar Wacher für Uwe Zähler tätig zu sein. 25. Das ist Brotmann. Er war von Anfang an vorgesehen, als sonderbar Wacher für Uwe Zähler, der auf der Linie ja der Reaktion ist. Er war von Anfang an vorgesehen, als sonderbar Wacher für Uwe Zähler, aber es ist noch nicht zu Ende. Elstner sehnt allen Dingen nicht gestellbar. Uwe Zähler, Küppers, Schneider. Gut gemacht von Uwe Zähler. Ja. Schnellinger, Brotmann gegen Sähler. Auf jeden Fall, ein Schalter Läufer war bekannt, dass er eine Knieverletzung hatte. Und es wäre zu gefährlich gewesen, ihn auf dem Hasenboden spielen zu lassen. Und Konitzki, Küppers, gut. Sähler, wieder Küppers. Das war zu gut. Weit wechseln. Ja, schon besser. Super. Auch das wäre richtig. Wenn nicht dort Ostern. Warum denn jetzt so? Ein bisschen ausgeregt. Ja. Die beiden Erfolgreichsten weiter bei einer der Vorrunde genannt. Jawohl. Jawohl. Auch Fass auf Abteil. Versöği. Raus. So gut. Gut. Jetzt sind genau 25 Minuten, ich spiele immer noch 1 zu 0, führe dich weiter, jetzt abfiehen, ja. Uwe hätte auch gut gesagt, schützt, ja, jetzt abfiehen, sind zu viele, sind zu viele. Spieler, Werner, jetzt, von dem Winkel ist es doch schwieriger, Jürgen, doch mal drauf, ja. Uwe, ein Spieler, Spieler gegen Norberti, Eis, ja, gut, und Schuss, Eis, nicht am Strafraum noch abfielen, sind zu viele. Wähler, Eis, gleich lang, schön. Ja, ja, nicht zu fest. Jetzt, Uwe Wähler, jetzt sind nur 3 Schweizer hin, ja, fertig, auch. Und, Tor. Ich sagte es Ihnen, es waren nur 3 Schweizer Abwehrspieler da. Ja, und wenn einem dieses Tor zu gönnen war, dann denken wir mal, dass die deutsche Mannschaft damit auch ihre Sicherheit wiederfindet. Hier zu verabschiedet, zu verabschiedet. Bühne. Großmann. Mitspielen tun sie sowieso alles, wenn ihr auch standt, aber auf beiden Füßen. Bitte. Fehler. Einfach schießen. Das ist schön auf Fußball. Alle Hoffnungen auf Uwe. 67.000 Uwe, Uwe, Uwe. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Ja. In Chile wollen wir etwas machen können. Aber es ist schade, es ist bedauerlich. Uwe Seelers. Oh, 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 oh. Rotmacht. Oh, weh. Journalismus gemacht wurde. Wenn gleich ich sagen darf, bei dieser Gelegenheit, dass eine Türen der Schweizer werden. Aber solch was kommt nicht in Frage. Wir hatten die Szene einfach nicht. Bitte entschuldigen Sie, dieses Kapitel abgeschossen. Aber haben Sie Verständnis für die Einflechtung in eigener Sache? Ich habe eigentlich, Frau Molderdick, diesen Ball. Wähler, raus. Rotmann. Werner. Hamburger. Halb links. Steht immer in der richtigen Position. Kippers. Dafür der Halblinke in halbrechter Position. Weiter fort. Uwe Seelers. Wir werden unsere Verteidiger nicht versuchen mitzustörnen. Noch ein gleicher abzählen. Schütz. Und. Und. Es hat die Weizelge ab. Schütz. Raus. Gegen Portmann. Und. Schütz. Und. Schütz. Und. Auf. Da. Ja, Novak, der Kostos war von Schneider, zusammen mit Eugend Maier von Jan Beuys Ferns, der aufgrund seiner Verletzung der Nationalmannschaft vieles hat. Uwe Sehler, Raus, ja, Novak, Milden, Sehler, Berner, Wiederschütz, Uwe Sehler, Coopers, Uwe Sehler, Coopers, Eich, Uwe Sehler, Coopers, Uwe Sehler, Uwe Sehler, Coopers, Uwe Sehler, Uwe Sehler, Uwe Sehler, Uwe Sehler, Uwe Sehler, Uwe Sehler, Coopers, Uwe Sehler, 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 Uwe Seh und weder die stürmer noch die abwehrspieler und 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 Zähler, jetzt mach' man vor da, Uwe, jetzt mach' man vor. Hutschus, Hutschus. Keine an den Mund zu schießen. Zähler. Hutschus, 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 Hutschus. Hutschus haben wir in Mannheim gegen die Schweiz 7 zu 1 gewonnen. Also, so hoch steht es noch nicht, aber ich kann Ihnen sagen, so tiefst du. Fast nicht zu lange. Und, Uwe, Kübers, Tor. Hutschus, Hutschus. 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 Hutschu. Hutschus. 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 Die Neulinge spielen gut. Auch die Neulinge spielen überragend. Wähler. Ein sehr gutes Spielspiel. Auch in der Defensive immer da ist. Ein ganz herziger. Erfreulich, dass sich die Neulinge heute so gut eingefügt haben, dass es heute um die deutsche Nationalmannschaft nicht elf, sondern 16, 17 Spieler gibt. Die Tour in Kübra. Die Tour in Kübra. Die Tour in Kübra. Wieder Kübra.